Sodele, herzlich willkommen auf meiner neuen Playlist 8D Music. Und zwar gibt es hier was auf die Ohren. Im Hintergrund, wir machen also zwei Fliegen mit einer Klappe, nicht nur mit der Playlist, sondern auch das Stückchen, was auf die Ohren zu bekommen, mit etwas qualitativ hochwertigeren. Und zwar schöne Kopfhörer. Hier hinten noch gut verpackt. Ich zeige euch jetzt mal einen schönen Zaubertrick. Und zwar holen wir ganz einfach diese herrlichen Kopfhörer der Firma GBL aus diesem herrlichen Karton. Und ja, ihr seht schon, sehr beweglich. Dazu mache ich natürlich dann auch noch ein kurzes Unboxing-Video. Aber es geht ja um diese herrliche Playlist. Ja, GBL Live 660 NC Kopfhörer hier zu sehen. Wie gesagt, packe ich euch in die Infokarte rein oben. Das Wichtigste ist, hochwertige Kopfhörer zu haben. Und zwar für diese herrliche Playlist. Ja, es ist eine Serien-Playlist. Das erwähne ich sofort. Das heißt, alles, was jetzt so nach und nach an Videos kommt, sind kaum Videos, die man so betrachten muss, sondern eher Videos, die man dann ja hören darf. 8D. Ich selber habe meine Arbeitskollegen damit schon fasziniert, die gesagt haben, boah, Ronny, Respekt. Kann natürlich dahingehend auch schon ein Fazit äußern. Das heißt, wenn du hochwertige Kopfhörer hast. Also den Sound, den ihr jetzt gerade gehört habt, ist jetzt nicht der 8D-Sound, sondern erstmal nur nochmal Stereo. Aber auch schon im Stereo, weil ihr richtig gute Kopfhörer habt, die euch einen ordentlichen Klang und auch ordentlich abgeschottet sind, also von Außengeräuschen, dann habt ihr in dieser herrlichen Playlist wirklich viel, viel Spaß. Das heißt, in-Ear-Kopfhörer, on-Ear-Kopfhörer, Kopfhörer, egal wie, oder Knochen oder ähnlich, das müsst ihr dann selber entscheiden und selber testen. Ich selber hatte in-Ear-Kopfhörer drin, fand ich cool, aber mit diesen GBL-Dingern, Preis-Leistungs-Verhältnis, absolut tippitoppi. Ja, mit den Live-660-NC-Kopfhörern hier im Bluetooth, mega zufrieden und mega geile Klangqualität. Also hier schön abgeschottet, das ist nämlich super wichtig. 8D-Sound, also theoretisch so im Namensgebrauch auch Ambisonic genannt. Und ja, 8D. Das heißt, 8 verschiedene Richtungen, diesen Sound zu hören und das Ganze aus zwei Kopfhörern. Das heißt, wenn man so überlegt, da ist so ein Kopf, so ein Dummy, da werden diese Aufnahmen gemacht und zwar aus 8 Richtungen. Und das ist halt wirklich krass. Verträgt auch nicht jeder. Da ist das Stückchen, da kommen jetzt gleich auch noch ein paar Hinweise hinzu, aber es hört sich mega krass an. Vor allem dieses Stückchen, da teaser ich schon mal, wenn du diesen Bass spürst und auch hörst und diese Entfernung und auch diese Geräusche und dieses Umgebungsding, ich bleibe dabei, da bin ich wirklich Feuer und Flamme. Das ist richtig, richtig geil. Bin vollkommen überzeugt davon. Mir macht das auch immer wieder Spaß, 8D-Musik zu hören. Dann gibt es auch mittlerweile nicht nur bei YouTube, sondern auch bei Amazon und ähnlich. Das heißt, jede Menge Funfaktor für die Ohren. Ja, das heißt, jetzt kurzer Hinweis. Wenn du jetzt gleich, also du musst die Playlist wirklich dann, ihr hört mich auch ab und zu mal dazwischen. Das heißt, ich packe ein paar Videos dazwischen und weise noch auf ein paar Sachen hin. Aber ihr müsst sie wirklich dann fortlaufend hören. Das Stückchen, dann der Start gleich, wenn ich Bescheid sage, Kopfhörer auf. Das heißt, dann gibt es so eine Art Soundcheck, Stereo. Dein ganzer Kopfhörerbereich und Co. wird dann erstmal einjustiert, beziehungsweise das Gehirn dann schon mal darauf vorbereitet, was passiert. Es könnte sein, dass, ne, also für dich dann auch Abbruch, falls es dann so aufkommt. Es könnte sein, dass dir schwindelig wird. Es könnte sein, dass dir übel wird. Es könnte sein, dass du so ein bisschen Gleichgewichtsprobleme bekommst. Es könnte sein, dass dir schlecht wird. Es könnte sein, dass du nach einer Zeit Kopfschmerzen bekommst. Oder irgendwelche Sachen, die abnormal sind. Dann bist du für 8D nicht geeignet. Dann lieber ausmachen. Ich weise darauf hin. Das heißt, ne, wenn dir nicht wohl ist beim Hören, dann einfach Kopfhörer ab und einfach die Playlist sein lassen. Ist auch nicht das Ding. Aber für die anderen, die das vertragen und richtig geil finden, natürlich, ne, denkt dran, lasst mal ruhig ein Abo da. Klickt euch hier unten drauf auf meinen schönen Button. Und, ja, lasst auch gerne mal einen Daumen da. Ne, nicht nur in meinen Videos, sondern auch in den anderen Videos. Das sind nicht alles meine 8D-Sounds. Vor allem nicht meine. Also gar keiner ist von mir. Das wäre viel zu teuer, wenn ich das selber produziere. Aber ich nutze den charmanten Vorteil, YouTube da schöne, geile Sachen zusammenzupacken. Ne, ob es jetzt, ja, ich teaser einfach. Ob es jetzt so ein Rasierapparat ist oder ein Formel-1-Zwang oder einfach geiler Sound. Das könnt ihr euch dann, ne, also geile Musik, das könnt ihr euch dann selber dann auf die Ohren brettern lassen. Ja, wichtig ist, ja, hochwertigen Kopfhörer. Kopfhörer ordentlich drauf. Und dann heißt das Ganze zuhören. Definitiv. Joa, so ist der Plan. Das heißt, joa, dann sage ich jetzt ganz klar, ihr könnt sehr, sehr gerne eure Kopfhörer umswitchen, beziehungsweise anmachen und dann den Ton über eure Kopfhörer hören. Und ich würde das in kurz und knackig machen. Das heißt, ne, nahtloser Hörgang ohne Abspannkarten oder irgendwas, geht es, ja, in den ersten Bereich und zwar das Stereo, einpendeln, ne, Test der Kopfhörer, ob alles da ist, links, rechts. Und dann geht es nahtlos über in die, ja, weiterführenden 8D-Sounds and Music. Also, 3, 2, 1. Und dann gucke ich auch bitte anERS Uma. Und jetzt, st wondered, ob eigentlich auch noch 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4.